Was ist die Vivi App und warum du davon auf jeden Fall was wissen solltest, erkläre ich dir ganz kurz in diesem Video. Im Jahre 2018 wurde die Firma Vivi von David Yu und Dan Crudders ins Leben gerufen. Das Ziel dahinter, eine App von Sammlern für Sammler, wo digitale Premium lizenzierte Collectibles oder auch Comics verkauft werden sollen. Das Ganze natürlich nicht nur für einen Nischenmarkt, sondern für den gesamten Weltmarkt. Durch den digitalen Handel können nicht nur Zölle beispielsweise vermieden werden, die beim Versand von physischen Collectibles anfallen, sondern auch die Möglichkeit seine Collectibles überall und immer mit sich tragen zu können. Kommen wir kurz zu den beiden Gründern selbst. David Yu ist seit Jahrzehnten ein Sammler der wirklich abnormalen Art, denn er hat mit unter anderem mit einer der besten, teuersten und auch beliebtesten Comics weltweit. Er hat insgesamt mehrere Warenhäuser voll mit Collectibles, die unterschiedlich teuer sind. Es sind aber unter diesen Collectibles auch viele, viele seltene und auch einzigartige Collectibles mit dabei. Dan Crudders ist auf der IT für Vivi und auch Ecomi ein weiteres Projekt, was sie haben, auf der technischen Seite zuständig. Er ist außerdem auch seit Jahren ein Sammler und dementsprechend kann man wirklich sagen, diese App kommt von Sammlern für Sammler. Insgesamt wurden bisher über 8 Millionen digitale Premium lizenzierte Collectibles verkauft. Der verkaufte Wert beläuft sich mittlerweile schon über 250 Millionen US-Dollar und das sind nur die normalen Verkäufe. Denn bei jedem Verkauf von einem Collectible im Secondary Marketplace fallen Gebühren an. Davon nehmen sich häufig die Lizenzgeber 6% und wie wie immer einen Standardprozentsatz von 2,5%. Das heißt, der Umsatz, den sie eigentlich wirklich generieren, wird sich sehr wahrscheinlich über eine halbe Milliarde US-Dollar befinden. Und dementsprechend kann man sagen, dass dieses Unternehmen auch mit diesen Brands, die ich euch gleich zeigen werde, definitiv mehr als erfolgreich ist. Denn sie haben über 300 Lizenzen und davon sind auch einige wahrscheinlich dir bekannt, wie zum Beispiel Disney, Marvel, Star Wars, Pixar und alle möglichen weiteren Subbrands unter Disney. Weitere Brands, die sie auch noch haben, sind Ubisoft, Lamborghini, Universal, DreamWorks, Ultraman, Jurassic Park, Star Trek und ich könnte wahrscheinlich noch 10 Minuten so weitermachen. Denn insgesamt, wie schon erwähnt, sind es über 300 Lizenzen. Ich blende euch an dieser Stelle mal ein kurzes Bild ein. Das ist ein älteres Dokument, wo gezeigt wird, welche Lizenzen sie damals schon an Bord hatten. Nicht alle haben bis jetzt ein Collectible Release, aber die Verträge stehen weiterhin. Und dementsprechend ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis wir die ein oder andere Lizenz hier auch auf der Vivi App sehen werden. Und wenn dich interessiert, was für Brands denn eigentlich schon auf der Vivi App sind, dann melde dich an und schau unter dem Punkt Brands nach. Denn hier findest du alle möglichen Brands, die schon bereits auf der Vivi App gelauncht sind. Und darunter findet sich zum Beispiel auch Coca-Cola, die ich jetzt eben nicht erwähnt habe. Es sind sehr, sehr viel mehr. DC Comics haben wir hier beispielsweise auch dabei. Aber zum Beispiel auch Voltron von DreamWorks. Unter anderem zum Beispiel hier auch Funko. Du siehst schon, es befinden sich auf jeden Fall einige sehr namenhafte Brands auf dieser Plattform. Und sie werden definitiv keine Kooperation mit Vivi eingehen, wenn dieses gesamte System dahinter nicht wirklich stabil sein würde. Konnte ich dich bisher für dieses Projekt begeistern, dann kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, diesen Kanal hier zu abonnieren. Ich mache wöchentlich Update-Videos zu den wichtigsten Punkten, kurz und knapp gehalten zum Thema Vivi mit allen Drop-Informationen und vielen weiteren News. Das heißt, abonniere sehr gerne meinen Kanal, wenn dich das Ganze interessieren sollte. Seit kurzem ist unter anderem auch der Marktplatz Vivi Comics gelauncht. Dieser Marktplatz ist erstmal in Kooperation mit Marvel gelauncht worden. Es werden hier aber wahrscheinlich noch viele, viele weitere Comics launchen aus unterschiedlichsten Bereichen. Wie Anime, dieser Marktplatz soll im Prinzip der digitale Marktplatz für Comics werden und eben das geben, was er sucht und lesen möchte. Funktionen wie auch Nutzen, die die Vivi App hat, sind zum Beispiel, dass du deine Collectibles jederzeit auf deinem Handy hast und diese abrufen kannst, wann immer du willst. Du kannst außerdem deine Collectibles auch in die reale Welt holen mit Augmented Reality. Dadurch wird es möglich, Collectibles animiert oder auch Comics in die reale Welt zu holen, damit Fotos zu machen oder damit auch zum Beispiel witzige Videos zu kreieren. Außerdem ist der Verkauf von Collectibles und Comics in Echtzeit möglich, was das Ganze deutlich attraktiver macht, als sich physische Collectibles zu holen, da hier erstmal der Versand passieren muss. Man muss dem Verkäufer auch unter anderem natürlich trauen können, dass das Produkt, was man kauft, natürlich auch wirklich ankommt, sowie auch Zölle, die bezahlt werden müssen, sollte man international Collectibles oder auch Comics bestellen wollen. Das fällt dir alles nicht an, bis natürlich auf die Licenser und auch die Vivi-Vie, die beim Verkauf anfallen. Außerdem ist Vivi momentan dabei, ein eigenes Metaverse zu kreieren, das Vivi-Vers. Dort wird es möglich sein, für deine Freunde oder auch für andere Leute deine Collectibles ausstellen zu können und dir deine eigene Welt für deine Collectibles und auch Comics zu bauen. Ich bin beispielsweise schon der Zeit in der Vivi-Vers Beta, das heißt, es wird hoffentlich auch noch in diesem Jahr 2024 komplett gelauncht werden. Es sieht derzeit nicht allzu schlecht aus, von daher bin ich hier auch optimistisch, dass ihr, wenn ihr das Ganze testen wollt, auch das Ganze schon in 2024 machen könnt. Eine weitere Utility ist das Master Collector Programm. Damit könnt ihr als Sammler, wenn ihr Collectibles behaltet oder auch in der App interagiert, Punkte sammeln. Diese könnt ihr dann beispielsweise für Drops einsetzen, wo ihr dann eine höhere Wahrscheinlichkeit bekommt, dieses Collectibles dann auch wirklich zu bekommen. Da die Collectibles immer limitiert sind und je nach Nachfrage es schwieriger sein kann, diese Collectibles auch wirklich zu bekommen. Wie du siehst, Vivi ist auf jeden Fall ein großer Marktplatz, der viele Möglichkeiten für unterschiedlichste Sammler bietet. Nicht nur für normale Collectibles-Sammler, sondern auch für Comics. Das bietet nicht nur jedem Einzelnen die freie Wahl, was er sammelt, sondern er muss sich auch wirklich keine Gedanken mehr darum machen, ob das Ganze gut verschlossen ist, ob das Ganze wasserfest ist, etc. All diese Punkte fallen durch die Digitalisierung dieser Collectibles oder auch Comics komplett weg. Und derzeit bereitet sich auch Vivi auf den kommenden NFT Bullrun vor. Zum Beispiel mit dem letzten Schritt, den sie gemacht haben, mit einer der besten Boxer weltweit, Joseph Parker zu sponsoren. Ein weiterer Move ist zum Beispiel jetzt der Launch von Vivi Comics, der den Comic-Markt wahrscheinlich für immer revolutionieren wird. Und viele weitere werden wahrscheinlich auch noch in diesem Jahr folgen, die das gesamte Projekt nochmal auf ein ganz neues Level heben werden. Das heißt, wenn dich das Ganze interessiert, dann abonnier auf jeden Fall sehr gerne meinen Kanal. Und ich hoffe, ich konnte dir in diesem ganz kurzen Video erklären, was Vivi ist, was für Nutzen dahinter steht und warum du dir das auf jeden Fall mal ganz genau anschauen solltest. Und das war es an dieser Stelle auch schon mit dem gesamten Video. Hat dir das gesamte Video gefallen, würde ich mich auf jeden Fall riesig über einen Daumen nach oben von dir hier unter diesem Video freuen. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und wünsche dir daraus noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Und bis dahin, dein Käpt'n. Ciao, ciao.